Servus miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonnenlook. Ich bin der Luke und heute gehen wir gemeinsam mit unserem Metalldetektor, den XPOX, auf zwei Flächen im Hintergrund. Einmal auf eine Wiese und einmal auf einen Acker. Ich bin mega gespannt, was wir finden werden. Endlich bin ich auch wieder gesundheitlich fit. Wie ihr seht, die Sonne strahlt mich von der Seite aus an. Besser kann es heute eigentlich gar nicht laufen. Ein bisschen Wind ist mit im Spiel und ein paar Wolken sind am Himmel. Aber vielleicht haben wir Glück und das Wetter bleibt einfach so beständig, wie es gerade ist. Wenn euch dieses Video gefällt oder wenn ihr mich allgemein supporten möchtet, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne auch einen Kommentar schreiben und ansonsten sehen wir uns bei Wissen. Der nächste Wert ist ein 93er Signal. Könnte jetzt wieder Alufolie sein, theoretisch. Hier. Hier ist es. Nee, es ist keine Alufolie tatsächlich. Es ist einfach eine Musketenkugel. Tatsächlich. Also unser nächstes Signal ist eine Musketenkugel. Das wundert mich direkt, dass hier draußen eine Musketenkugel liegt. Ja gut. Also nächster Fund. Eine Musketenkugel. Jawohl. Passt. Nehmen wir mit. Nächster Wert ist hier. Scheint auch relativ weit oben zu sein. Es ist ein 73er, 74er Signal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Hier ist es. Ja, ich hab's schon. Hier ist es drin. Unser nächster Fund ist Aluminiumschrutt. So Leute, man denkt sich nichts. Gräbt hier, weil es Signal nicht so geil war und zieht dann sowas raus und denkt sich so, okay, es läuft spitz zusammen. Oben sieht es ganz stark aus wie eine Haarnadel. Könnte, 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 könnte was Älteres sein. Könnte eine Haarnadel sein. Richtig geil. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Eine Haarnadel, dachte ich. Ist aber leider falsch. Es ist keine Haarnadel. Es ist eher was anderes, was nicht ganz so alt ist, wie angenommen, wie ich dachte an die Uhrenfelderzeit, sprich 1200 vor Christi, sprich 3200 Jahre alt. Ist es aber nicht. Es ist ein sogenannter Schreibgriffel von den Römern. Tendenz frühes Mittelalter, Tendenz römisch. So in der Mitte wird das Ganze sich befinden. Ich tendiere eher zu spät römisch. Schreibgriffel war, wie der Name schon sagt, ein damaliges Schreibwerkzeug. Wurde unter anderem verwendet, um in Wachstafeln Buchstaben reinzuritzen. Ich zeige euch nochmal schnell das Objekt. So, Leute, ich zeige euch nochmal das Objekt. Hier seht ihr, wie groß das ist, beziehungsweise wie klein das eigentlich ist. Sogenannte Schreibgriffel. Wie gesagt, römische Natur. Wurde verwendet eben auch, um Buchstaben etc. in Wachstafeln zu ritzen. Weil ich immer die Frage bekomme, hey Luke, ich habe jetzt mit dem Hobby angefangen oder ich habe bereits einen alten Fund gemacht. Was muss ich denn machen? Ich selbst mache das immer wie folgt. Ich mache einen alten Fund, das allererste, was ich mache, am Feld selbst, wo ich den Fund mache. Ich nehme die Koordinaten. Die sind später mal wichtig für die Fundmeldung. In der Fundmeldung, das ist quasi ein Dokument, mit dem man quasi den Archäologen Bescheid gibt. Hey, ich habe da hier einen Fund gemacht, einen älteren. Hier sind genau die Koordinaten. Vielleicht ist ja da mehr. Ich mache das zumindest immer so. Ich pflege meine Beziehung zu den Archäologen eigentlich schon sehr und regelmäßig und eigentlich alles Alte, was ich finde, melde ich, weil dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Wie gesagt, das ist nur wichtig. Ihr müsst zu den jeweiligen Bodendenkmälern, wenn ihr zum Suchen geht, auch einen gewissen Abstand einhalten, weil auf den Bodendenkmälern zu gehen ist verboten. Und mit so einem gewissen Abstand zu den Bodendenkmälern ist es wiederum erlaubt. Genau. Ansonsten gibt es noch ein paar Feinheiten, die man einhalten muss, welche auch relevant sind für die Leute, die außerhalb von Bayern sind. Man braucht eine Nachforschungsgenehmigung und so weiter. Aber das würde zu sehr in die Tiefe gehen, das Ganze. Wenn ihr möchtet, kann ich da explizit mal ein Video drüber machen, was man darf, wo man was darf, wo man was nicht darf. Natürlich, alle Orte kann ich nicht nennen, aber die meisten Sachen, welche ich selbst weiß, kann ich in ein Video mit reinpacken, wenn ihr möchtet. Genau. Auf jeden Fall hier nochmal der Fund. Und wir machen weiter. Wir gehen jetzt. So Leute, wir werden jetzt von dieser Ackerfläche auf eben eine Wiese wechseln, weil leider am Acker nicht mehr viel gekommen ist. Seid gespannt, was wir finden werden. Ein Highlight Fund ist auf jeden Fall noch mit dabei. Und ansonsten an dieser Stelle, wer möchte, kann mich gerne unterstützen mit einem Daumen nach oben oder auch gerne Kommentar schreiben. Oder abonnieren und die Glocke aktivieren. Wie ihr merkt, ich bin noch heißer. Ich bin noch ein bisschen krank von den letzten Tagen. Die waren ziemlich heftig. Ich hatte ja leider Corona. Und genau, aber mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Und jetzt viel Spaß auf der Wiese. So Leute, der nächste Wert ist hier. Kommt mit 91 rein. Gucken wir mal. Ich bin guter Dinge, weil letztens hatten ja, beziehungsweise gestern, ihr habt es ja selbst gesehen, in dieser Folge hatten wir ja doch kein brossezeitliches Relikt, sondern ein römisches auf der Fläche gefunden. Total unscheinbar eigentlich. Weil hier weit und breit nix römisches ist. Oder zumindest bekanntes ist. Aber mal gucken. Vielleicht ist das ja auch nur ein Pfund, der irgendwann mal verloren gegangen ist und da hier nix ist. Aber schauen wir uns jetzt mal an. Nächster Pfund, wie haben wir ihn draußen? Es ist eine Musketenkugel. Erstaunlicherweise. Interessant. Nehmen wir mit und gucken mal, was noch kommt. So Leute, nächster Wert. Nächster guter Wert. 87. Schöner 87er Wert. Ich habe noch ein bisschen Erde vom letzten Loch mitgenommen. Übrigens wichtig ist auch immer, wer ein Loch aufmacht, macht das Loch wieder zu. Sprich, wir hinterlassen keine Löcher. Weil wenn wir das alle machen würden, Löcher aufmachen und Löcher nicht mehr zumachen, dann würden wir schneller, dass wir schauen können, keine einzige Fläche mehr bekommen. Aber es ist ja auch verständlich. So, hier jetzt gerade irgendwo. Hier piepst es. Wir gucken mal. Aber interessant, warum hier eine Musketenkugel liegt. Hm. Vor allem hier war Alter auf nix. Wir gleichen, also die Flächen hier sind irgendwie, schon erstaunlich. Weil hier über diese Flächen gibt es überhaupt nix. Hier ist kein Bodendenkmal. Nada. In der Nähe. Und ja, jetzt eine Musketenkugel. Gestern dieses römische Objekt. Mal gucken, was uns denn noch auf dieser Fläche so entgegenkommt. Na ja. Jetzt erstmal eine Tube. Die können wir gleich entsorgen. Passt. Nächster Fund mit dem Metalldetektor ist eine Münze. Sieht golden aus. Schaut aus wie pures Gold. Ist aber leider kein pures Gold. Es sind zehn Reichspfennige. Also kein Gold. Aber hier wird eine schöne Münze von 1928. Hat was. Jawohl. So Leute, nächster Wert. Hier ist er. 84, komm da rein. Gucken wir mal. Was wir denn haben. Spannung steigt. Ja, Wert ist eigentlich an sich gar nicht so schlecht. Ist er drauf? Hier ist er. So, wo ist er denn? Meine kleine Schaufel. Ja. Okay. Braucht jemand. Ach Gott. Ach. Oha. Ja. Braucht jemand eine Kette? Könnte vom Gespenst sein, ne? So eine Wackelkette. Ja, interessant. Interessant, interessant. Ich kann damit nichts anfangen. Ich nehme es mit. Ist wieder was für ein Eisenschrott. So Leute, nächster Wert. Der ist hier. Der ist ein 79er Leitwert. Könnte jetzt wiederum was Gutes sein. Schauen wir mal. Okay, eskalieren tut das ganze Teil schon extrem. Wir haben es auf jeden Fall draußen. Und hier müsste es auch irgendwo liegen. Ah, hier ist es. Und wir haben unsere nächste. Ist das eine Musketenkugel? Sieht irgendwie nicht so aus. Das sieht irgendwie komisch aus. Gucken wir mal. Ich habe ja immer was dabei zum ein bisschen putzen. Ui. Ne, das ist keine Musketenkugel. Ich zeige es euch. Und hier ist er auch schon. Das ist unser nächster Fund. Es müsste ein Nadelkopf sein. Sehr, sehr. Es ist das. Bleibst du da? Sehr, sehr cool. Ich habe das Ganze jetzt nicht mit der Zaunbürste gereinigt. Weil die Zaunbürste ist für alte Sachen immer ganz, ganz kontraproduktiv. Ich habe das jetzt ganz sensibel nur ein bisschen Wasser darüber geschüttet. Und ja, aber cooler Fund. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cooler Fund. Auch Verzierungen sind drauf, leider. Obwohl ein bisschen festhalten kann man es. Wenn man mal hinguckt, seht ihr es? So ein bisschen sieht man es noch. Die Verzierungen. Cool. Schöner Fund. Also, wieder Koordinaten nehmen. Nächste Fundmeldung. Jawohl. Nächster Wert. Ein 88er Signal. Jawohl. Schauen wir mal. Ob wir es erwischt haben. Hier ist es. Okay. Stechen wir mal hier ein. Na. Es hat sich so angehört. Was wäre es? Eisen oder irgendwas dergleichen? Ja, es müsste Eisen sein. Naja, hier ist es. Nächster Fund. Bringt uns sicherlich Glück. Glück ist ein Hufeisen. So Leute. Nächster Wert. Ist hier. 88 bis 91. Okay. Könnte jetzt wiederum was Gutes sein. Hätte ich nichts gegen. Haben wir jetzt doch schon. Na. Was ist das? Ist das Ziegel? Okay. Ist aber jetzt kein Ziegel, oder? Ich dachte, das ist ein Ziegel. Okay. Und es scheint direkt unterhalb der Ziegel zu sein. Ja, hier ist was. Was ist denn das? Okay. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Ich habe noch nie gesehen. Was soll denn das sein? Sieht sehr interessant aus. Okay. Ich zeig's euch. Hier ist das Objekt schon. Kann ich leider nicht zuordnen. Ich erinnern, scheint es sehr grün gewesen zu sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich schicke das mal in eine Gruppe rein. Aber von der filigranen Arbeit her, fehlt hier einiges. Also ich würde sagen, das ist ja nicht so alt. Aber mal schauen, was die Gruppe sagt. Ich erläutere euch später, was das sein könnte. Nicht nur wir sind heute tiefenentspannt. Hier. Ganz entspannt. So ein paar Meter neben mir. Zwei Störche, die es sich gut gehen lassen. Optimal. Was will man mehr? Und jetzt fleißig weiter suchen. So Leute, mittlerweile sind die Störche dazu übergegangen, mit den Rehen eine Party zu veranstalten. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Aber ich tue mir jetzt einfach mal dran. Weiter geht's nicht. Links die zwei Rehe. Rechts die Störche. Ein Bild für Götter. Jawohl. So Leute, nächster Wert. Diesmal wieder vielversprechend. Mit schön 81 kommt's rein. Müsste jetzt kein Eisen sein. Irgendwas anderes. Vielleicht ist es Aluminium. Vielleicht ist es aber auch Bronze. Oder Messing. Oder irgendwas. Mal gucken. Draußen ist es. 82er Wert. Immer noch konstant. So gefällt mir das. Relativ weit oben. Jawohl, geht eigentlich. Hier ist es drin. Ach, eine Münze. Jawohl. So stelle ich mir das vor. Nächster Fund. Eine schöne, schöne Münze. Boah, die ist top. Die ist ja wirklich toll. Nächster Fund. 10 Reichspfennige. Richtig toll die Münze. Richtig schön reingekommen mit 82. Ach, wie geil. Optimal. Da freut man sich. Schöne Sache. Schöne Sache. Jawohl. Draußen ist er. Oh, es ist eine Münze. Und es ist eine goldene Münze. Cool. Und der Wert kommt gar nicht rein. Kann man machen. Ich zeige es euch. Hier ist schon unser nächster Fund. Ein 5-Rindenpfennig-Stück. Und jetzt fällt der Spaten. Aber der nächste Fund ist ein 5-Rindenpfennig-Stück. Von 1924. Cooles Teil. 10 Pfennig haben wir auch gefunden. 10 Reichspfennig. Jetzt haben wir 5-Rindenpfennig. Den wir mit, jawohl, schön golden. Echt gold wäre natürlich besser, aber schön golden. Sieht trotzdem nice aus, das Teil. Nächster Wert. Ist hier. 76. Gucken wir mal. Was wir haben. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wieder was Schönes kommt. Also, wieder eine schöne Münze oder so. Ich darf sowas, glaube ich, nicht aussprechen, weil ich verschrei es immer. Aber das kann doch nicht sein, dass das dieses Kettenglied ist, oder? War das schon der Fund? Ja, das war's schon. Ja, das war's schon. Nächster Fund. Ein Kettenglied. Und jetzt natürlich ein schönes Signal noch. Was will man mehr? Aber es ist ein 98er Signal. Und es hört sich so an, als wäre es eigentlich Oberfläche. So, gucken wir mal. Ne, reinkriegen tun wir es nicht. Vielleicht ist es doch ein paar Zentimeter im Boden drin. Schauen wir mal. Hier ist es. Ein Pinpointer kommt es zumindest rein. So, haben wir es? Oder haben wir es noch nicht? Oh Gott, ganz viel. Oh je. Ganz viel Oxid. Come on. Was ist denn das? Ui. Okay. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Jetzt passt auf. Reinigen wir mal kurz mit der Zaunbürste. Aber es sieht aus wie eine Tabakdose. Silvaner Jodbad 1 zuerst ins Bad schütten. Okay, das ist anscheinend immer ins Bad gegangen. Ich dachte schon, es ist eine Tabakdose. Aber nein, es ist Silvaner Jodbad 1 zuerst ins Bad schütten. Okay, eine Jodellösung fürs Bad. Interessant. Auch noch verschlossen. Drin ist nichts. Schütteln tut man und hören tut man nichts. Aber es sieht cool aus. Ein schönes Döschen. End nach dem Zug, äh, Spaziergänge. Die Rehe haben sich davon nicht sonderlich beeindrucken lassen. Ja, und wir auch nicht. Wir machen jetzt weiter. So Leute, nächstes Signal ist am Anfang ziemlich schlecht reingekommen. Und deswegen habe ich es nicht mal aufgenommen. Aber mittlerweile ist der Wert besser geworden. Und es ist auch schon draußen, es ist eine Musketenkugel. Wundert mich, dass die so schlecht reinkommt. Und dann doch noch relativ gut wird. Ja, also nächster Fund. Eine Musketenkugel. So Leute, mitten auf der Wiese ein Tennisball. Ähm, den werden wir jetzt am Wegrand hinlegen. Dann kann zumindestens der nächste Hund mit dem Ball wieder spielen. Aber an sich ziemlich cool. Ja, spielen wir selbst noch ein bisschen damit, mit unseren Bällen. Und dann schauen wir weiter. Genau. Hier empfehle ich euch eine weitere Folge. Da haben wir auch unter anderem einen schönen alten Fund gemacht. Äh, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten lassen. Ansonsten, wir sehen uns bei der nächsten Folge Sonnenlook. Nächsten Donnerstag ist es wieder soweit. Bis dahin, schöne Zeit. Macht es gut. Und bis bald. Und bis bald. Vielen Dank.